Was ist unser digitales Prozessboard in der Montage? Das ist unser digitales Prozessboard in der Montage, das wir im Werk in San Luis Potosí ganz konsequent anwenden. Auf diesem Prozessboard hätten wir früher noch in Papierform alle Informationen erst manuell erstellt, dann ausgedruckt und dann hier präsentiert. All das läuft jetzt deutlich effizienter und vor allem digital ab. Die Mitarbeiter haben alle Informationen, die sie benötigen, auf einen Knopfdruck zur Verfügung und die Informationen liegen vor allem immer in der aktuellen Form und immer digital vor. Das heißt immer auf dem neuesten Stand. Änderungen können gleich gemacht werden, hier vor Ort im Team und können auch gleich gespeichert werden. Damit haben wir keine Doppelarbeit und greifen immer auf die aktuellsten Informationen zu und als schönen Nebeneffekt sparen wir pro Jahr noch einige Tonnen Papier. Das ist unser digitales Prozessboard, das wir in der Assemblashop in der BMW, San Luis Potosí, in allen Produkten Bereichen. All information hier ist schon in der digitalen Weise und es ist immer aufzunehmen. In der Vergangenheit, wir haben eine physicale Prozessboard, was paper on a physical board, which needed to be updated, manually printed out and then put there. With the information here in the digital process board, everything is always available to everybody who needs to have access to this here on the shop floor. To the process leader, to the process supporter, to all of the associates. All information on volume, on quality, on defects is available here. You can change it, save it, and it's automatically updated. So the associates are always working here on the line with the most update information. And the best of all is, in total, we are saving tons of paper here in Plan San Luis Potosí per year.